Lecker. Und jetzt? Und jetzt würde ich sagen, wir trinken zwei kurze. Mhm. Gut. Zwei kurze bitte. Bist du eigentlich alleine hier? Ja, du doch auch. Nein, ich bin meiner Freundin hier. Wo ist die jetzt? Keine Ahnung. Auf den Abend. Auf den Abend. Schmeckt? Ja. Was machen wir jetzt? Darf ich dich mal anfassen? Nur zu. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Okay. Sollen wir woanders hingehen? Ja. Wohin denn? Ich hätte da einen Ort, wo eine schöne alte Fläche entsteht. Okay, dann gehen wir da jetzt hin. Ja? Ja. Na dann los. Kannst du noch schneller Bescheid sagen? Mach ich. Danke. Ciao. Ciao. Sagst du, Julia, dass ich weg bin? Ciao. 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 10,000. those 2008. Bis zum nächsten Mal.